Liebe, die du nie bekommen hast, da verstehe ich das. Wo weißt du das? Das stand da eben auf der CD. Ah, ah, nice. Krass, bevor ich den Team gesehen habe, dachte ich echt, hätte ich ihm niemals die Stimme zugeordnet. Echt nicht? Nee. Und das klingt dann auch so leicht wie eben schon Nico Santos, ne? Aber richtig nice. Ich bin voll auf Film gemacht und so, ne? Ja, sieht auch total aus wie so ein amerikanischer Schauspieler. Ja, Mann. Das waren nicht Filzstifte, das waren Eddings. Mit Eddings hat sie sich angemalt. Oh ja, Digga, kein Hallo, kein Nächsten. Voll cheap, Digga. Die heutige Gesellschaft. Kannst nicht fallen, bist du schon am Regen, doch alles, was sie wollte, war ein Leben. Sie hofft, dass der Schmerz bald vorbeigeht, doch er bleibt und sie trägt ihre Sorgen. Junge, aber richtig kranker Stimme, Digga, ne? Richtig, ja. Richtig heftig. Richtig Clown, richtig gute Stimme auch. Ja, Mann, richtig heftig, ey. Bin auch überrascht. Ich finde sogar leider ab und zu den Beat ein bisschen zu laut, so weißt du? Ich würde gerne lauter hören, ey, als diesen Beat. Der Beat ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber helft dir, ich lasse nicht stimmen, ja. Ich kann auch gar nicht richtig sagen, ob er sich wie jemand anderes anhört, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du meinst jetzt zwar so Nico Santos, aber auch nicht wirklich Nico Santos, so weißt du, was ich meine? Es ist so, er hat schon gut seine eigene Art, ne? So, seinen eigenen Stil. So, was es angeht. Und ich finde auch in diesem Track verpackt auch richtig, also, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, vor allem von so einem kleinen Künstler auch. Ja, heftig, ne? Aber wir wurden heute hier schon einmal überrascht, ja, von, äh. Heute sind die Überraschungen dran, ne? Rolla-Voo. Ja, Mann. Jetzt haben wir Lemonade, ja, bald Feature zwischen beiden. Tschüss. Tschüss. Los, 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 schließ die Augen und du siehst dein Herz aus Glas. Vor allem, ich finde das auch heftig, dass so kleine Künstler sich schon so krass viel Mühe geben, ne? Auch mit der Videogestaltung und schau dir das mal an, dieses Video. Das könnte von so einem Künstler sein, der schon, keine Ahnung, Kapi Sambra oder keine Ahnung wer, ne? Das ist das, ja. Auch heftig, ne? Richtig gut, ey. Das ist echt entwürdig. Ja, Lemonade. Überrascht. Ja, Mann. War cool, hat mir gefallen. Mit einem starken Track und einem starken Video. Echt gut, alter. Alter Verwalter. Der Kuss geht raus. Der Jan bleibt weiter am Ball, wenn du weiter solche Brenzen ablieferst, was da. Zwei neue Fans auf dem Weg. Das ist cool, cool, cool. Dicken, Bruder, steh stark, gebe niemals nach, bis zum Tod, dicker Braveheart.